Sie war die Stimme von ABBA. Sie berührte Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Jetzt ist sie zurück. Agneta Felskog mit ihrem neuen Album A. Zehn Popsongs, die ans Herz gehen. Ich hatte nie gedacht, noch einmal ein Album aufzunehmen. Agneta Felskog. Jetzt. Agneta, das neue Album A. Jetzt.